jo hallo leute und willkommen hier zu einer neuen reaction lang lang ist es her dass ich mal reactions gemacht habe ja wir reagieren heute auf alina khani ich habe ihr noch versprochen dass ich auf ihr musikvideo zu ihrer letzten single der song reagieren werde und ja ich habe den song auf spotify schon so oft in dauerstreife gehört ich kann ihn langsang mitsingen und leute ich würde sagen ich laber gar nicht lange um den heißen breiweg in rhein ich finde schon mal schön hier die bilder so wie sie nicht schlafen kann und sich gedanken macht und die da einen person eine wichtige message mitteilen will anscheinend und ja darum geht es ja der brief der wege erreichen nicht und deshalb sind sich hier in diesem kerzenlicht und in meinem kopf führe ich das eine gespräch dass ich von dir nicht bekomme doch ich will dass du noch so viel weiß und deshalb habe ich denen brief geschrieben meine worte zeigen dir was ich will na 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 und deshalb habe ich dieses lied geschrieben leute habe ich das gerade echt gemacht ich glaube klang das gerade gut ich glaube nicht oder ihr fragt ihr vergisst es einfach und wir schauen weiter und tun so als wäre nie was gewesen ok danke und ich hab dir zeit gegeben du musst erst wieder lernen zu leben denn dein leben nimmt dir alles schnell weg aber auf jeden fall sehr schöne bilder finde ich also ja leute ich frage mich gerade hier ob meine maus euch die ganze zeit heftig sollte einfach die hand von der maus nehmen und einfach genau den ich von dir nicht bekomme doch ich will dass du noch so viel weiß und deshalb habe ich denen brief geschrieben meine worte zeigen dir was ich will und deshalb habe ich denen brief geschrieben auf also gut ich würde auch gern schnüpfen können aber ich kann es nicht ich habe ich habe es nie gecheckt ich kann es einfach nicht ich kann es nicht ja sehr schön wie sie hier auch lächelt ich finde ja das macht sie immer sympathisch und ja also wie gesagt sehr schöner song ich hoffe euch hat es genauso gefallen und ich supporte sie auf jeden fall der brief auf spotify wird in dauerschleife gepumpt vielleicht kann ich hiermit ja einen von euch animieren sie auch zu supporten genauso wie mich und ja leute ich würde sagen das war mein meine reaktion zu der brief und wir sehen uns bei der nächsten reaktion leute macht's gut